Herzlich Willkommen, hier ist euer Mr1234 Und hier ist das 13. Video zu der Sammelaktion von dem Spiel Insani Aquarium Bis 18.05 gehts heute, haben wir uns überlegt. Aber ich habe mir überlegt. Ich kann mir heute ein bisschen leichter, damit ich mich besser verstehe. So, wie gehts euch? Heute ist Freitag. Ab heute ist Bundesliga. Die erste. Beginnt mit dem Auftaktspiel. Berlin gegen Bayern. Zweite und dritte Liga hat hier schon lange begonnen. Erste Runde DFB-Pokal haben wir auch nicht sonst gehabt. Und hier auch einige Highlights. Ich glaube vier oder fünfmal gab es Elfmeterschießen. Und ich habe noch acht Tage frei. Insgesamt hatte ich, wie soll ich euch mal vorstellen, neun Wochen, also um es genau zu sein, 66 Tage schulfrei gehabt. Ich kann gar nicht erklären, warum. Ich kann gar nicht erklären, warum. Bei unserer Schule in Reinhard-Pfalz, in Engers, Hätte man bis zum 28.06. normale Schule. Aber, da ich ja dann meinen Abschluss gemacht habe, hatten wir am 19.06. Schluss, also eineinhalb Wochen vorher Schluss. Ja, so war auch ich. Dann kommen halt die sechs Wochen nach oben drauf. Sind wir ja schon bei so sieben Wochen. Dann kommen ja noch die zwei Wochen. Also Schule in Engers hier wieder begonnen. Aber ich komme ja in der Schule in Nordrhein-Westfalen. Und da, sogar mit Internat. Und da beginnt die Ferien halt anders. Da geht's ab den 26. August los. Also insgesamt neun Wochen frei. Wie gesagt, ich habe heute zwei Teile geplant. Das andere kommt, der andere Teil kommt nach dem Abendessen. Und da geht's mal weiter. Das ist ein tapped, der für Lungen in Ordnung. Das geht's über 50 bis 50.000. Das ist nicht einmal recht, das ist der Worte. Aber ich mache das, der alle Leute hinterher, Aber ich glaube, dass ich nicht mehr Leute in Ordnung, wo das eine Veranstaltung laufen ist. Und ich mache das. Und ich mache das die ganze Zeit. Und ich mache das, dass ich nicht mehr nicht erkläre. Alles gut um das Worte. Alles gut. Und ich mache das, du für die ganze Zeit. Und ich mache das, das so. Das wär's gut. Jetzt haben wir noch 215. Vielleicht kriegen wir das Ziel ja sogar vor. Naja, geht doch nicht. Wir müssen jetzt direkt sofort. Vielleicht kriegen wir das Ziel, bevor die fünfte Minute abläuft. Dann haben wir noch 80 Sekunden Zeit. Da, guck, jetzt mit der Meerjungfrau geht es viel schneller. Da können wir auch noch ein bisschen größere Entfernung machen. So, noch. So, noch 60. Noch 80. Oh, Susanna. Heißt das Lied? Ja. Singen wir es hin. Wohlendig. Nein. Wo kommt der jetzt her? So. So. Noch 19 dann. Ah, müssen wir jetzt gucken. Jetzt noch 22. In der Schnelle geht das ja auch gar nicht. Aber jetzt könnte es was werden. Jetzt könnte es was werden. Und da ist es. Und da ist es. 18,7 ist der Stop von 17,6 bis 18,7. Und im nächsten Video, was in zwei Stunden kommen wird, je nachdem wann es Abendessen gibt, dann werden wir auf jeden Fall bis 20.000 machen oder sogar mehr. Das wird garantiert sein. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Jajajaja. Bis dahin.